Jetzt hat er sich da noch etwas geschnappt und auf den Anfang kann es jetzt immer noch nicht, wenn er sucht, aber das wünschst du mir. Wir sind am 30.06.2022, gerade mit dem Fliegen. Und in den Flügel hinein. Das war jetzt eigentlich kein Spalbeeren Kunststück, wobei zur Zeit ist es auch noch nicht so warm. Oder heiss, warm ist es schon. Angenehm warm.